so auch hier ist mein dickes ding da ist mein dickes ding meine ganzen sachen bringen als nächstes gegen das ding nehme ich mal sollte ich mir auch mal irgendwann holen wir haben irgendein orbital haben wir gerade bekommen der mann dagegen die einfalls falls die spieler sich irgendwie hat nicht geholt haben wir irgendwie so hat so im grund ich sehe gar nichts ja ich bin schwanger war aber ein ding mehr als sonst in unserem bonus sind da müssen wir erst mal aktivieren oder so ja also erst mal den auswendig machen ich nehme an dass irgendetwas großes gepanzert ist nämlich mal an ey oh gott ich mir graut das jetzt schon ich sehe jetzt schon wieder im chaos aus enden wird wieder hin wir sind schon ziemlich nah dran da ne natürlich sind da wieder ganz viele factories von der ich weiß nicht was wir das erste mal versucht haben die stürme auszuschalten ja mal schauen wenn wir es mal als andere kaputt da haben wir schon mal vorne machen wir noch mal dinge vorne kaputt wer da was ich noch mal mein ding vielleicht bringt damit ich mal ein bisschen näher ran das schießt mich nicht ab wir so ungefähr da rein werfen wie ist das schon wieder abgeprallt da kommen sie von links die gehen nach die gehen da hinten um zu gucken ok 13 kills 14 kills ok da habe ich gesehen ob ich gesehen sei da gehen wir schon gesprochend habe ich noch nicht gemacht ja also war ja langsam immer da hoch wenn wir könnten wie bist du da hochgekommen ich rutsche die runter wo seid ihr alle nicht her ich rutsche die hinter mir da da und ist da und da wo ist der die minier kaputt lockt in ihren nächsten geschützt ich bleibe mal hier beim geschütz ich nehme an dem großen dinger hier ist man mit dem ding schießt euch dann kontrolle sobald ich dann sehe ich sage ich dir jetzt schon da geht noch drinnen sonst möchte auch ein orbital reinpacken ich mach mal weit weg man irgendwas halk eliminieren 0 von 0 sich da gerade er ist auch gar nicht gesporn dabei irgendwann auch uns ich habe doch gesagt die weit weg die sehr weit weg auch hinter uns sind welche aber oder hätten sich irgendwas ist das der schieße mann jetzt und pack finden am rücken gehabt nicht gesehen ich gehe zurück zu der basis mit den augen ich gehe zurück so ich bin in der mine reingelaufen ich wollte das zeug zu dem außenpost und die ganzen geschütze sind jetzt habe ich nur von 1 also gemacht die technologie ist noch nicht weit genug aber muss ich gerade in den mietern offen da sind die täglichen risiken die materie gerät okay da ist wieder eine fabrik meinetwegen war ja ja da kommt schon gleich was macht man sich dort den links ich habe das schiff getroffen ja dann versuche ich mal gehe weit weit entfernt obwohl ich die kleine werfen ja weiß nicht ob das trifft ja ich habe dann ja dieselbe stelle geworfen vielleicht trifft hat ja wenn du einen davon richtig trifft ja ja das ist immer so glücks das ist ziemlich cool du kannst du keine ganz da oben guckst kannst du sogar gucken wie die schüsse aus dem schiff da raus kommen ja okay ja das schiff da raus kommen ja okay ja das schiff da raus kommen ja okay die schüsse aus dem dinge raus kommen ich mal drauf achten ja der hätte eigentlich der hellkalk hält einiges aus aber der hat irgendwie keine großen distanz der hatte irgendwie so hat am rücken der batterie oder so am rücken gehabt ich habe ihm die ganze zeit nur ins gesicht geschossen selbst wenn der ich habe nicht dass der besonders schnell ist also ich nehme an das sind raketen oder so und er ist dann wahrscheinlich besser nicht bewaffnet besser der ist wahrscheinlich dahin ich gucke ja auch eine trophäe bekommen als sehner legt hat das nach der st ich glaube ich ein bisschen zurück ein bisschen zurück das nicht wo mein geschützt gelandet aber so sagt so wo immer als nächstes hin um links ist so ein reagenzglas aber schon wieder voll weit entfernt vom evakuierung dingen weiß nicht ob wir da den umweg extra machen sollten proben spritzen granaten glaube ich ich wollte keine granaten ich glaube ich habe nicht erledigt gerade am nachladen mal warum habe ich dich nicht getroffen na du immer noch mal mit dem ziel da sind einmal noch gegner ah aber so war ich habe noch beteiligen eingepackt hinein links und erschießt ja warum hast du mir nicht gesagt hat die zurück ja den krieg ich nicht dauernd nein ich wollte jetzt auch noch an zu regnen kann hat denn eigentlich noch schlimmer werden jetzt haben wir noch so ein halb so bonjour und ich sage für uns ein antforderungsscheine noch ein paar sachen in der nähe was weißt du da schon wieder ab na mann ein kollege ich habe noch eine spitze sich gerade etwas nachschub platzieren aber nicht so kurz vorm nachschub lebt er immer noch habe ich gesehen ich war die ursache dafür glaube ich hier geht es kaputt und du auch ich finde in der nähe ist und kleinigkeiten war gewahr gehen man hat ein charakter gesagt jetzt ein eis war jetzt ein eiser nach richtig viel spaß bei dir den gegner bei der doch von anderen seiten auch von der seite kommt auch ich habe mich zweimal gespritzt da kommt einfach nicht durch aber du bist auch gerade im problem man müssen wir in soweit draußen da draußen jetzt muss ich heraus denn die zu hohe nicht da hat schaffst du schon ich muss wieder rein damit das ding ich ruhig zettet hier sind meine proben kohl also aber warum kann ich mich nicht bewegen na direkt vor meiner nase wo bist du ja ja meine probe ja 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 naja ja 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 oh mein gott warum sind sie noch geht ich gehe da mal habe ich nicht noch einfach rein mann doch nichts kriegen doch nicht punkte kriegst du nicht wenn man stirbst du davon es ist nur ein paar zeige 5 maus gezeichnet er will sehen können wir noch schaffen das ist das ist ein fahrrad das ist es der der denn mein name ist captain hier denn ich habe doch schon alles hier was ich haben will hat er kann ich wollen nein aus hey flosse was andromeda der andromeda sagt der mann der die frauen verhaut wieder etwas operation beendet schon wieder roboter hals und blitz suchen und zerstört gefällt mir schon wieder nicht zwölf minuten missionen kriegen wir sowieso nicht hin der ganze zeit ja so war ich glaube das schaffen wir nicht schwer schießen zurück ich tue über laufenden selbstvertrag macht ihn konnte zweimal internet kontinuier raketen befreien und abfeuern ich würde schon ein bisschen abwechslung über einen unserer planeten müssen wir sagen wir mal gegen paar käfer wieder man haben die käfer denn so anzubieten nivel 43 ja die kennen wir auch schon da sollen wir auf anspruchsvoll irgendwas versuchen einmal nur zum abschluss der roboter oder insekten wenn wir jetzt irgendwann nicht mit feuert und alles wenn es geht was ist das hier der nibel 43 vr prime vertreiben sie die terminierten aus dieser welt da muss man doch wieder ansehen riesendingen kämpfen der säure titel schauen wir hat ich weiß es ja nicht da sind nur seure titan leider okay na war so war machen wir den säure titan ja 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 naja da geht aber aber auch was gemacht ging das ding ich habe auch mal eingeholt ich habe gehört man soll unter den laufen damit man oben wie die schwarze treffen ja ich glaube ich bin geschützt hierfür gebrauchen kann wenn wir erfahrungspunkte er war schon schaffen über der empfehlen müssen 24 sekunden pro mission damit zu verbringen die landschaft zu genießen ein glücklicher helldiver ist einmal soll man da stand landschaft genießen für 2,4 sekunden 12 ok genug weiter also ich ja gar nicht stimmt ich ja gar nicht platzieren müssen wir haben es aber noch nicht gesehen okay waren wir schon ab hier verloren da müssen wir nicht lang wir müssen da irgendwann ins feuer gelaufen und wie das hier abläuft mein gott ist viel rot fängt schon mal gut an ich gehe auf den offiziem weg der ist ich habe hier wieder hier ist eine kanone die man wieder recht einsetzen kann da kommt eine rote von gegnern auf mich zu selber der staat ich bin schon mal getrennt da ist nicht gut ich komme zu dir ja hast du was getrennt ich habe haben vorweg burg durchbruch ich komme ja schon ich komme ja schon jetzt mal ich habe ich meine kippen wäre schon weggehen ich habe ja 90 bauern ja das ding war ja schnell finden oder eben die waffe ich habe ja noch nicht aktivieren müssen wir richtig allerdings hier napalm und haben wir ja alles ja auch napalm nehmen wir ich nehme an vom art meister einpacken kriegen wir ein paar gute sprengstoff da klingt doch nicht schlecht machen wir also sprengstoff napalm kann auch nicht schaden sprengstoff sprengstoff gegner glaube ich ja ja aus ich sag mal die roboter sind einfacher ich bin ich möchte hier wieder vor überranden als wir nichts machen dann genau so spiel abgeprallt man sagt ja eigentlich auch der seltene probe schon sagen da kommt mir gar nicht bekannten vorzeichen also da habe ich damit verfehlt das gibt es nicht immer kann auch noch die waren natürlich auch beeinflusst hier 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 okay ja schon wieder gegner irgendwo nein sind welche auch jetzt kommt ein ja 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 so hat ding zu finden ja ja bestimmt genau da zwischen den felsen irgendwo wieder nicht erreichen können schon wieder aus dem posten ich denke mal da kommen dann irgendwann gegner aus und dann kommen dann gleich primär 10 an der erler gesagt geblos nach links nach rechts sind die blöden ist da hast du so ein sepp gerufen was hatte ich mal darauf haben wir beide direkt auf den rauf muss er fähig wenn ich habe dann eine steinformation ist auch da oder ob das fähig ist er müsste jetzt in der nähe sein da steht jetzt nur von 1 zurück ich glaube wir sind gegner ja mal schauen wie das funktionieren wird nein da wollte ich noch gar nicht mal ich gehe weg hier da muss ich aber suchen ich werde dich ich kann hier nichts machen ich kann hier nichts machen ich habe keine schwissen mehr ich stehe doch aus ja jetzt möchte ich die ganze zeit die ganzen orbitale schlägen ja meinte ich stehe nur um ich tue auch die ganze zeit orbital stehen auf ich habe einmal eine dinge auf den draufgebracht alles klar du hast ihn erledigt weit wegen also der ist tot weil es nahe warum gletschend da war eh klappt ich habe eine garante nein doch wie ich gehe weg eine garante weg gepustet oh mein gott ja nein ich glaube ich habe ein paar leute tschüss leute ich gehe mein planet braucht mich auch mein gott warum sind wir so viele ja ich habe gerade selber irgendwie tschüss leute ich gehe ja ich will nicht ich will nicht ich fliege weg heute tschüss mein gott leute wie lange müsst ihr mich dann ja auch verfolgen ich habe gerade nachschub hier wenn der zeit hat ich kümmere mich um die alle ich bin ja sehr beschäftigt da habe ich so langsam alle erledigt mein gott geht euch mal wie geil seid ihr auch nicht eine sekunde keine gegner ja mein gott er geht doch mal weg leute hier sind so viele gegner jetzt erwarte leute hier frisst du blödes weg mein gott ich habe aufgesammelt wenn du seine probe ja ich habe noch mehr proben oh mein gott man sieht ja noch ein raketen erfahrer damit du sollst du dich raufklettern mann sterben einfach nicht auch wenn ich war ziemlich von mir ich habe lust mehr also ich habe alle kaputt gemacht hier wird ein neues gefunden das tut man dann erst rein und dann habe ich ab aber gehe weg weil ich auch keine schützen sich gerade da könnte man aber ein bisschen aufhören ja mit der da habe ich genug gehabt ja ich habe keine spritzen ich bin ja schon auf dem weg da 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 so was ho mein gott ab nein kommt schon ein stürmer ja mann der sehr ernst gesehen ist ein stürmer ich weiß nicht naja denkt du ihn ab haha aber jetzt kann er schon wieder dazu proben ja ich glaube ich habe voll falsch rum pflege jetzt pflege ich war es ist beeindruckend was reicht ich habe eine galate in den arsch ich habe ja nichts mehr ich glaube ich habe jetzt ein panzer auswahl zum haus naja dass man da unten gehen wir genug hier von nachschub 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 was hat er beim aufnehmen wird nachladen abgeboten ja weiter zurück immer weiter zurück da lang wenn man den weg entlang war ich hatte am liebsten jetzt mal geschützt ja ich glaube sie sind nicht mehr hinter uns sehen wir können also auch das interesse bemerkant da weiß nicht muss ja noch irgendwie deine waffen oder irgendwie so hat jetzt ein guter zeitpunkt vor kämpfen wieder losgeht damit den insekten immer noch ein bisschen mit denen mit dem weg den robotern haben halt irgendwie gut drauf habe ich so viel irgendwas auf der karte gegen gegner kein problem hier hat der weg da gehe ganz weit weg die sehr weit weg weiter 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 immer weiter hier schon sehr lächerlich weit weg das beruhigt meine seele schon dann geht das schon wieder solcher war nicht die gebäude kaputt macht ich bin schon weit weg ich glaube ich gehe nach hause mein gott ist doch mal gut 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 aber na gut ich ich kann noch nicht dazu dass das ding jetzt zu aktivieren ich komme nicht ich komme nicht so da werden gar nicht weniger gegner müssen wir immer noch da müssen wir müssen wir absprechen ja läuft immer irgendwie muss sein eigenes ding die gegner hier immer so gärig seine bei der tausende gegner sind deswegen will ich ja 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 kommen wir nicht mehr weg wie sie gegner ja ich komme ja nicht durch dinge verrufen weil das ein stürmer na wir sind so tot also ich kann ja nicht mehr gelaufen wir sind gegner überall so war lustig auf seiner dinge am ende so hm und vollgegen gekommen dass ein stürmer übrigens kann ich sowieso nicht irgendwie unterscheiden ich nehme an das ist immer die größte seit 20 sekunden das scheint langsam weniger gegner zu sein da versuche ich noch wieder zu bringen wie lange ich überlebe warum sind jetzt hier wieder so viele jetzt wo ich hier bin ich ja ich bin mich dreimal am spritzen gewesen naja geht einfach rein nämlich drei viermal gespritzt hat natürlich wieder nicht funktioniert wir haben es mal geschafft ich finde käfer tausend mal schwieriger als die roboter habe ich ganz ehrlich bin die roboter kann schießen die käfer auf 1 zukommen da kannst du gar nichts machen wir sind von zehn milliarden käfern umgeben kann es einfach nichts machen wenn roboter ganze wesens entdeckung gehen vor entschüssen aber er geschafft war dein kopf auf einem glitschen ganz auf die dämonen mal kopf will flex weiß nicht ob ich mir leisten kann dafür 7000 obwohl aber level 10 gerne ich werde ich mir mit den jahres orbital sperrfeuer 110 mm raketen potts wie weg fliegen gar tag rover könnte ich mir auch leisten mit meinen anderen holen den du holst ich weiß dass der du hast den rover genau dann nehme ich meinen anderen aber zwei ja ja wie beim sprung paket also hier kann ich ja nix von den manchen baum irgendwann proben zum glück noch nicht jetzt dieser blöden ich hatte sie habe ich auch schon lange auf er hat wir angefangen haben zu spielen ja ja aber er vorhin ja so war der daniel er merkt nichts wenn ich was ändern aber selber nicht da habe ich dich exposed es wird so gegessen leidet ich weiß mal die jugend heutzutage alles im internet sagt gegag hat gegag hat habe ich gesagt wieso wurde auch hier auch in one piece so genannt nämlich ein das ist Danke.